Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Photoshop-Profis vom Rheinwerk Verlag. Auch diese Woche geht es wieder um die Neuigkeiten von Lightroom 6 bzw. Lightroom CC, wie es für Cloud-Kunden heißt. Mein Name ist Maike Jasitz und ich möchte Ihnen heute die integrierte Panorama-Funktion von Lightroom 6 vorstellen. Das ist nur eines von vielen Themen, die ich in meinem großen Lightroom 6-Training, das Ihnen Lightroom von A bis Z erklärt, behandle. Die Panorama-Erstellung war früher eine Aufgabe für Photoshop. Ich musste die Einzelbilder exportieren oder direkt zu Photoshop übergeben und dabei in ein TIFF oder JPEG, also ein Nicht-RAW-Format, umwandeln. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Einzelaufnahmen schon in Lightroom zu einem Panorama zusammenzufügen. Und das Tolle dabei ist, dieses resultierende Bild bleibt eine RAW-Datei und ist damit voll editierbar. Ich zeige Ihnen hier, wie es geht. Ich werde diese Aufnahmeserie jetzt mal auswählen. Ganz klassische Panorama-Aufnahme im Hochkant aufgenommen und vorentwickelt. Das heißt, wenn ich ins Entwickeln-Modul gehe, sehe ich hier die entsprechenden Entwicklungseinstellungen. Die Entwicklungseinstellungen sind natürlich synchron auf alle Einzelbilder vorgenommen worden, so damit diese dann später auch perfekt zusammenpassen. Außerdem habe ich für die Panorama-Erstellung schon die Profilkorrekturen aktiviert. Das vor allem, damit die objektiv bedingten Verzerrungen ausgeglichen werden und nachher die Überblendung der Einzelbilder einfacher vonstatten geht. So, und jetzt gehe ich ins Menü Foto, das ich übrigens aus dem Entwickeln-Modul genauso anwählen kann wie aus der Bibliothek, und wähle dort über das Neue unter Menü Zusammenfügen von Fotos Panorama. Und Sie sehen auch schon, dass es einen entsprechenden Shortcut dafür gibt. Das M kann man sich vielleicht mithilfe des englischen Begriffs Merge merken, denn die Panorama-Funktion von Photoshop heißt ja auch Foto-Merge. In dem Moment, wenn Sie den Befehl angewendet haben, wird erst mal eine Vorschau erstellt. Die Vorschau wird erstellt aufgrund der Einstellung, die Sie hier rechts eingestellt haben, und das sind immer die Einstellungen, die zuletzt gewählt wurden. Sie sehen, dass hier die Option ausgewählt wurde, Projektion automatisch auswählen. Damit wählt Lightroom aus den drei zur Verfügung stehenden Optionen kugelförmig, zylindrisch oder perspektivisch. Die kugelförmigen Panoramen sind normalerweise für 360-Grad-Aufnahmen gedacht, deshalb macht das hier nicht viel Sinn, da ich aber einen kleinen Bildausschnitt habe, führt es fast zu dem gleichen Ergebnis, als wenn ich zylindrisch nehmen würde, was ich normalerweise bei Panoramen bevorzuge. Sie sehen, dass ich hier noch ein bisschen mehr von der Höhe ausnutzen konnte. Die perspektivische Option, die wir uns auch kurz mal anschauen können, setzt ein Bild zentral in die Mitte und gibt den Eindruck, als wenn wir mit einem extremen Weitwinkelobjektiv fotografiert hätten. Gut, ich lasse es in meinem Fall mal bei der zylindrischen Option und vielleicht hat manch einer schon festgestellt, dass die Farben, die ich hier sehe, nicht unbedingt zu dem passen, was ich vorher in den Einzelbildern gesehen habe. Das liegt daran, dass Lightroom zur Erstellung des Panoramas jetzt erstmal diese Entwicklungseinstellung ausblendet, aber nachher sie auf das gesamte Panorama wieder anwenden wird. Das heißt also auch, dass ich nach der Erstellung des Panoramas meine RAW-Entwicklungseinstellung noch weiter editieren kann. Das gilt im Übrigen auch für die Freistellung. Sie sehen hier, dass es eine Option gibt, automatisches Freistellen. Das bedeutet, dass jetzt hier ein Bildausschnitt gewählt wird, der das größtmögliche Rechteck für das Panorama bietet. Das ist sehr praktisch und vor allem auch, so wie wir es von Lightroom gewohnt sind, nicht destruktiv. Ich kann es jederzeit später wieder ändern. So, ich werde jetzt auf Zusammenfügen klicken, damit das Panorama erstellt wird. Dann werden wir uns die Entwicklungseinstellung noch mal anschauen dazu. Aber achten Sie jetzt mal darauf, ich habe jetzt eine zylinderische Ausrichtung und das automatische Freistellen gewählt. Da weise ich Sie deshalb noch mal darauf hin, weil wir gleich dieses Menü überspringen werden und einfach mit den letzten Einstellungen ein neues Panorama machen wollen. Ich klicke also auf Zusammenfügen und jetzt wird das Panorama aus diesen Einzelbildern erstellt. Den Fortschritt sehen wir hier oben am Fortschrittball. Das Panorama ist erstellt und wird automatisch im gleichen Ordner gespeichert, aus dem die Einzelbilder stammen. Sie sehen hier, dass der Zuschnitt auch genauso erfolgt ist, wie ich ihn haben wollte. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Entwicklungseinstellung. Aus den Objektivkorrekturen sind die Profilkorrekturen rausgenommen worden. Logisch, weil auf ein zusammengestitchtes Bild natürlich keine Profilkorrekturen mehr angewendet werden. Alle anderen Einstellungen, die ich allerdings gemacht habe, die HSL-Einstellungen oder auch die Tonwertkorrekturen, sind alle noch da und alle editierbar. Das bedeutet im Umkehrschluss also, dass Sie Ihr Bild gar nicht zwingend vorentwickeln müssen, um ein Panorama zu erstellen, denn Sie können Ihre Einstellungen auch nachträglich auf das Gesamtbild vornehmen. Das ist im Ergebnis eine DNG-Datei, also eine RAW-Datei mit 16-Bit Farbtiefe. Die Editierbarkeit betrifft dabei nicht nur die Entwicklungseinstellungen für die Tonwerte oder für die Farben, sondern auch den Bildausschnitt, den ich ja über die automatische Freistellung erzeugt habe. Wenn ich auf das Freistellen-Werkzeug gehe, dann sehen Sie hier den entsprechenden Bildrahmen und können natürlich für sich auch noch einen ganz anderen Ausschnitt wählen. Für ein Panorama müssen Sie also jetzt nicht mehr separat Einzelbilder erstellen, diese in Photoshop oder auch Photoshop Elements oder anderen Programmen zusammenfügen und dann als TIFF- oder JPEG-Datei wieder in Lightroom importieren, sondern Sie haben direkt in Lightroom die Umsetzung der Aufnahmeserie in ein Panorama und erhalten weiterhin ein RAW-Bild, das Sie mit RAW-Entwicklungseinstellungen bearbeiten können. Und das ist das Tolle daran. Ich habe Sie vorhin darauf hingewiesen, dass ich die Möglichkeit habe, das Dialogfenster für die Panorama-Erstellung zu überspringen, wenn ich weiß, dass ich mit den gleichen Einstellungen arbeite, mit denen ich zuletzt gearbeitet habe. Das geht auch ganz einfach. Sie haben vorhin schon die Shortcuts für diesen Befehl gesehen. Sie drücken jetzt einfach nur die Shift-Taste dazu. Das können Sie übrigens auch machen, wenn Sie über das Menü gehen. Ich halte jetzt mal die Shift-Taste gedrückt. Das sehen Sie jetzt nicht und werde dann auf das Menü Foto gehen und sagen, dass ich die Fotos zu einem Panorama zusammenfügen möchte. Ich habe die Shift-Taste immer noch gedrückt und zusammen mit der Steuerungstaste und dem M, das wäre jetzt der ganz schnelle Shortcut, kann ich ein Panorama mit den letzten Einstellungen erstellen. Sie sehen das hier. Es wird automatisch erstellt. Ich habe kein Fenster mehr, das zwischengeschaltet ist. Und jetzt wird auch aus diesen Einzelbildern ein zylindrisches Panorama erstellt, das dann auch automatisch zugeschnitten wird. So, das Panorama ist erstellt. Auf die gleiche Art und Weise, wie ich es vorhin angegeben habe und auch dieses Panorama, obwohl ich die Einzelbilder hier vorher nicht editiert habe, kann natürlich in jeder Form noch entwickelt werden. Und das mache ich jetzt mal kurz. Der Ausschnitt wurde ja automatisch bestimmt. Den überprüfe ich jetzt einfach mal kurz mit dem Freistellen-Werkzeug und möchte jetzt lieber ein schmaleres Panorama haben und dafür noch mehr von dem Himmel und vom Gipfel mitnehmen. So, und dann gehen wir an die Tonwertkorrekturen. Das mache ich in diesem Fall nachträglich. Auch das geht und das will ich Ihnen zeigen. Mit gedrückter Alt-Taste bewege ich den Weißregler, um den Weißpunkt im Bild zu bestimmen. Jetzt werden die ersten Pixel sichtbar und das ist der Moment, wo ich den Regler loslassen kann. Beim Schwarz mache ich es ganz genauso. Auch hier halte ich die Alt-Taste gedrückt, bis ich die ersten schwarzen Pixel habe und erzeuge mir so die absolute Tiefe im Bild. Die Lichter werde ich optisch etwas zurücksetzen, damit ich wieder Zeichnungen im Schnee bekomme und gleichzeitig mit der Klarheitseinstellung da etwas mehr Struktur reinbekommen. Und das tut dem Himmel auch sehr, sehr gut. Ja, und zusätzlich werde ich natürlich die Luminanz in dem Fall verringern, damit der Himmel dunkler und intensiver wird. Das waren in diesem Fall nur ein paar kleine Korrekturen, aber Sie sehen, die Entwicklung ist auch nach der Panorama-Erstellung möglich. Ich habe da genau das gleiche Potenzial wie bei den Einzelbildern in der RAW-Entwicklung und kann auch die kritischen Weißtöne und Lichter hier noch auf die gleiche Art und Weise korrigieren. So gesehen schlagen Sie mit dieser Funktion von Lightroom 6 zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie haben eine sehr schnelle Erstellung des Panoramas, weil Sie Lightroom nicht verlassen müssen und Sie sind vor allem so flexibel, dass Sie nachträglich Ihre Bilder noch entwickeln können. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020